Mit schallgedämpfter Pistolen Normalerweise wäre es das in anderen Spielen so, man müsste jetzt, ohne sich zu erkennen ergeben, durch den Dorf hier durch Hä? Fickt euch doch ins Knie, ey Yeah man, zwei Stück auf einmal Jetzt mal weg snacken Lauf! Alles bereit, die Show kann losgehen Brücke zur zweiten Plattage vor Nicht schlecht Ach, es gibt mehrere Nicht, das wäre nur eine gewesen Okay, na gut Jetzt macht er schon wieder schlapp Warum war keiner Jetzt müssen wir das Feuerwerk aber mal sehen So, speichern Auch geil Die Pistole hält er fast ruhig Das ist Snipersee Geil Ein bisschen realistisch Guck mal, aus wie ein Baum Oh, langer Lauf Mach doch mal bitte die Musik ein bisschen ruhiger wieder Mann, es scheint so, ob ich jetzt hier durchhetzen würde Mach ich auch ein bisschen Und, ähm Ja Ich gehe mal zur anderen Seite Hallo Da bin ich Wir sind zwei Gegner Was? Was? Ne Ihr seid ihr so ein Motherfucker, ey Ist doch unnormal, oder? Ey Ich laufe hier gut im Freien geht Aber Das ist jetzt noch wirklich nur armlos, ey Ihr seht mich sofort Ja gut, ihr lebt ja auch nur im Dschungel, ihr Buschmänner, ihr Ist halt vielleicht, ey Das ist unnormal Na ja gut Wollte ich denn weg ist, ne? Scheint so Wenn wir mal eine Pistole nehmen Das sind ja keine Gegner What? Scheiße Ich kann nur noch Gegner Oh, er hat voll den Sidoschnitt, ey Er hat einen Sidoschnitt Angestoßen Und brauchen Zeit, um durchzubrechen Setzen Sie die Markierungen Und kommen Sie her Ich komme so schnell ich kann Halten Sie durch Gehst du am besten mit Zeit Ne, noch nicht Okay Da oben muss immer noch ein Gegner sein Ich schau mal kurz mit meinem Fernsehen Und raus Da oben hab ich noch weg Alter, ich seh da nie welche Nie Wie meinen? Wo? Irgendwo da oben Das weiß ich noch mal was Dein war einer Bist du? Habe ich den? Habt? Mann Muss ich erst mal hoch Da ist er Mother 2 Hier Razor 6 4 Over Markierungen sind gesetzt Wiederhole Markierungen sind gesetzt Verpiss ich mich hier Bestätigen Sie den Empfang der Koordinaten Bestätigt Gute Arbeit Razor 6 4 Retten Sie sich wieder mit dem Team Delta Unterstützt die Delta Forseinheit Und worauf zur Hölle Werfen Sie noch Wells Vereilen Sie sich Und stricken hier die Kugeln um die Ohren Ja jetzt brauchen sie meine Hilfe Ne Ich hab doch unendlich Leben Ey Ich hab doch noch vorhin gesehen Boah ist das schwierig Wenn er gelaufen ist Also gesprintet ist Und dann irgendwie noch zu treffen Boah ist der außer Puste Okay Ah da kommen wieder tausend Ist ja auch klar ey Im Dschungel hier Und was komisch ist Alle wieder nur auf mich Ne Geht doch Hab ich's denn Wie viele Gute Arbeit Männer Und jetzt weg hier Der ist erledigt Wo hin denn Alter ich hänge ja am Strick Okay Scheiße Das sah aber auch aus ey Ah ne 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 Wo sind meine Kollegen denn jetzt Darf ich auch mal rennen Mal ja einfach Ganz ruhig Wir sind beim Hubschrauber Wiederhole Sind beim Hubschrauber Beheilung Oh fuck Feindliches Boot nähert sich auf 3 Uhr Wir müssen dieses verdammte Ding vom Boden kriegen Und zwar sofort Gehen Sie nach Norden und warten Sie auf weitere Anweisungen Wir suchen einen neuen Evakuierungspunkt Und kommen Sie holen Versuchen Sie in der Zwischenzeit einfach am Leben zu bleiben Na toll Einfach fantastisch Nehren- und Abwurfzone Berat Freigabe Bestätigt Rücken Sie vor Router Paket ist unterwegs Das war aber sehr schön 28 Minuten und 4 Sekunden Genauigkeit 53,73 Produzent Kopfschüsse 22 Kills Insgesamt 63 Sehr schön ey Auf dich gestellt Die Plantagen wurden vernichtet Aber der Evakuierungshubschrauber musste ohne Razer 6 4 starten Er hat den Befehl sich nach Norden bis zum nächsten Evakuierungspunkt durchzuschlagen Er muss dabei tief in feindliches Gebiet Aber es ist die einzige Möglichkeit ihn rauszuholen Kommen Razer 6 4 Ich lade die Koordinaten auf Ihr GPS Melden Sie sich sobald Sie dort sind Dann schicken wir den Evakuierungshubschrauber Ich hoffe Sie verstehen, dass er nicht auf Sie warten kann Verstanden Bin dran Ich verstehe Ich bin auch immer der, der zurückbleiben muss Das ist mal ganz komisch ey Also noch sieht es ja ganz idyllisch aus Aber auch nur jetzt Okay, da ist schon irgendwie was Mother 2, hier Razer 6 4 Ich sehe im Tal einige Luftabwehrstellungen Der Hubschrauber könnte Probleme haben, hier durchzukommen Over Verstanden, Razer 6 4 Sie müssen sämtliche Luftabwehr in diesem Gebiet ausschalten Es gibt keinen anderen Landeplatz für den Hubschrauber Unseren Scans zufolge gibt es dort insgesamt drei dieser Stellungen Erstatten Sie Bericht, sobald das Tal sicher ist Bestätigt, Mother 2 Bin unterwegs Okay Luftabwehr Aha Weißt du, ihr könnt nicht einfach mit dem Flugzeug mal von da oben irgendwie eine Bombe runterwerfen Nein Das geht doch nicht Na gut, es wäre auch ein bisschen zu laut Wenn ich jetzt als Sniper Äh, wenn jetzt eine Bombe da irgendwo hinfällt Das fällt ja auf Aber ich sag nur Gerade die Plantagen Da hat sich irgendwie keiner irgendwie so richtig Kopf drum gemacht Ohne Spaß Da hat sich irgendwie keiner eigentlich, ne Die Plantagen volle Karte weggebombt mit Napalm, ey Das hat ja hier keiner Ich glaube es wäre mal besser Und nicht auf der anderen Na gut, hier ist genau das Scheiße Was So viele Weißt du was Oh, ihr seid so Loser, ey Tut mir leid Tut mir leid Also das war jetzt Da waren bestimmt vier Gegner Äh, vier auf einmal Eins, zwei, drei Vier Stück Den hätte ich sehen müssen Aber hier kommt keine mehr Gehen wir mal weiter zur 121 Meter Marke Boah, ich laufe hier viel zu offen, ey Das ist so unnormal, ey Ich muss mich echt dran gewöhnen Nur auf der Straße sehe ich natürlich auch mehr Das ist das Geile Aber es wäre doch besser von Vorteil Wenn ich wirklich Schön Im Busch laufe Alte Ruinen da oben Ah Eine Sehenswürdigkeit Hier könnte man so viel Tourismus machen Guck mal hier Wenn ich mir das vorstelle So Und da oben steht ein dickes Hotel oben drauf Ja Oh Und hier ist dann eine Wellness-Oasen Hier, können wir mal hingehen kurz Guckt mal hier Die ganzen Wasserfällen Eins Zwei Oh, von ganz oben Drei Vier Da hinten ist auch noch eine Fünf Ja, und hier ist so wellnessmäßig Hier mit so einem Beachchen machen Und so Aber nein Da müssen ja immer wieder hier die Soldaten von Kolumbien Oder wo ich jetzt auch immer bin War da einer? Nö Auf jeden Fall muss ich da oben Da muss ich jetzt ganz aus drum laufen Wofür habe ich denn überhaupt meinen Haken mit, ey? Aber gut, da oben ist kein Baum, wo ich mich festmachen könnte Vielleicht auch mit einer Mauer so Zack Aber es ist wieder Glückssache Aber es ist wieder Glückssache Und es sieht auch schön aus, ey Also jetzt gut Grafisch jetzt nicht ganz so Aber es geht doch Auch geil, ey Da ist ein Wasserfall von da oben, ey Okay Ja gut, dann muss er vielleicht theoretisch Das Wasser Da hochgepumpt werden Und dann kommt es wieder runter So kann ich mir vorstellen Das ist eigentlich alles Tourismus hier Das ist so Survival Tourismus Extra gemacht Ach du Scheiße Das sind Dorfbewohnern, die da Gerät werden müssen Kurz einmal speichern Jetzt wünscht mir mal Glück, ey Weil ich sehe wieder nichts Ganz ehrlich, ich sehe überhaupt gar nichts Ohne Spaß Ich habe da jetzt noch Er guckt jetzt auf jeden Fall Da ist er Da ist noch einer Och, Kacke Ich versuch's einfach mal Kurz einmal speichern